Musik 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 So, nach dem Cut geht es wieder weiter mit der Heerobrine und zwar die nächste Runde Ne, ne, was machst du denn da? Premium Members are sexy Ah! Steht hier, lies mal Hast du es schon gelesen? Ich lese es mal in einer wunderschönen Porno Stimme BeSexy at www.nr Oh Mann, jetzt kann ich das nicht lesen Sehr zu spät Ah, schon wieder die Map hier, ney Ich vergrab mich wieder hier irgendwo in der Ecke Hallo, hallo Hör auf dich zu vergraben Wuuu Wer ist jetzt Heerobrine? I choose you, Pikachu! Wuuu You survivor Hä, wer ist denn jetzt das Ding eines? Ich glaub mein Hund ist gepackt Der kommt nicht mit Mein Hund ist Heerobrine? Oh mein Gott Hä, mein Hund ist Heerobrine? Hätte sein können Wo ist denn die Scherbe? Hä, ist Heerobrine geworden? Das steht ganz oben im Chat Ah, da Awesomeness 2201 ist Heerobrine Wo ist die Scherbe? Ja Drüben, auf der anderen Seite von mir Na da Äh, ist die unten? Na die Tatsache, die ist unten Hoi Ich hol sie mir, ich hol sie mir, ich hol sie mir, ich hol sie mir, ich hol sie mir vielleicht Toot Das wär's Ich hol sie mir, ich hol sie mir, ich hol sie mir Ich hab sie, ich hab sie Ja, ich hab sie Hahahaha What is the Shard? Ja, nee, weißt Spielst du das erste Mal, oder was? Wahrscheinlich Äh, kann mich jemand protecten, weil ich glaub ich werd hier drin Achso, okay, da sind die Du bist doch dran Und unten Ja, ja, ich steh hier oben am Teil Und Der war's da Oh, okay Hier schießt jemand mit nem Bogen auf mich, achso Heerobrine kann's ja nicht sein Ah, du bist auch da, gut Dann, äh, ich glaub der ist vorne da am Ding Nee, doch nicht Ich bring sie weg Von Ania Woo Da ist die erste Scherbe rein Hate you, Heerobrine, hate you Heerobrine, hasst du dich? Nee, ich hasse ihn Achso Die nächste Bitte da, bitte da, bitte da Ich glaub's nämlich grad so schön hin Wo ist er denn? Nein Meist du spawnt die Scherbe unten, ne, weißt du? Ich glaub das hier spawnt, hier ist ein schöner Altar dafür Ja, aber meistens spawnen sie trotzdem unten Werde ich von dem Blitz getroffen eigentlich? Nein Nein, ihr sollt mir nicht, ich will ja, nö Ich geh ja schon Geht alle weg Ja Hass, Hass, Hass Hass, Hass Bin ja schon weg Ich will wissen, wo die Scherbe spawnt Wo? Ja, weiß ich nicht Wo? Ja, hier ist einer bei mir, der denkt, ich weiß das Da hinten Heerobrine greift mich an Ah, okay, mein Hund greift ihn jetzt an Ich hab sie selbst gehört, die Scherbe So Verdammt, die Scherbe ist hier Ich hol sie mir zum zweiten Mal, vielleicht Komm schon, komm schon Bestimmt sind andere schneller Äh, natürlich Ich glaub, wie schnell die sie geholt haben, ne Hä? Nearly there Carson 4 Mhm 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 Redcoat What the fuck Was denn? Bist du angegriffen? Wo bist du? Wo bist du? Hier unten Ich geh grad die Leiter hoch Ich komm jetzt zum Spawn Zum Altar Ding ins Spawn Andere Leiter, okay Ah, ich 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 komm von hier drüben Hallo! Mein Hund wurde getötet, ne? Wieso? Ich weiß nicht, Heerobrine hat ihn getötet Guck mal, kennst du schon das hier? Bleib mal stehen und dann schau mal aufm Boden Schau mal vor dir aufm Boden Nein, nicht so tief Schon so auf mich Guck und jetzt Guck mal Was ist das? Das zieht im Leben ab Wenn er reinläuft Aber jetzt ist es eh zu spät Er war ja nicht hier Oh, es dreht sich Das sieht voll lustig aus Ich frag mich, wie Platschens das schon so machen, dass Sachen ins Spiel kommen, die gar nicht In Minecraft vorhanden sind eigentlich Vor allem dieser Wehrwolf-Schau Nein, das ist aber nur, das sind Äh, Tags tun ja benutzt werden Ja, aber was ist mit dem Wehrwolf-Sound Oder dieser Sound grad eben Dieses Ja, das ist dann von einer Katze oder so Irgendwas Echt, weißt du? Ja, aber wie geht denn dieser Wehrwolf-Sound? Sag... Ich weiß das nicht Juhu Oh mein Gott, T.S. Human Wo ist er? Wo ist er denn? Äh Oh, ich seh ihn, ich seh ihn Wo ist er? Ich sehe hier auf der einen Seite so Zelte Na verdammt Scheiß Fallschaden Da vorne Ah da Komm schon Oh, da ist er schon drauf Komm raus Tja, ich hab... Das war's dann auch für diese Runde, ne? Ich bin rausgeflogen, hier steht Verwind unterbrochen internal exception java.io Ja, wir haben auf jeden Fall gewonnen Acception Doof und receive string length longer than maximum allowed 110 16 Was? Okay, kann ich nicht Naja, egal, wir sehen uns dann bei der nächsten Offenlame Session Bis dann Auf Wiedersehen Und nicht vergessen Abonnieren 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 Und favorisieren Und liken Und tweeten Alles andere Auch Ja, aber mich auch nicht vergessen Ja Und den hier, den Darkfight auch abonnieren Der hat's verdient Der ist ein guter Lesplayer Genauso wie ich Und Kano auch Und wir sind alle cool Und abonnieren nicht vergessen Das ist okay Mann Ich hab keinen Bock mehr Ramsay sagen Ja Ja Bis dann Ja Tschööö Tschööö Tschööö